Ich wünsche mir jeden Sieg, also ob er jetzt dreckig ist, wunderschön, mit Pauken und Trompeten, ist eigentlich relativ egal, Hauptsache ein Sieg. Und ja, dass das Ergebnis momentan über allem steht, ist glaube ich vollkommen klar und vor allen Dingen auch für das, was wir eingeschlagen haben im Training und die Überzeugung, die wir haben, sehr, sehr wichtig wäre, da müssen wir glaube ich nicht drüber diskutieren. Deshalb, egal wie, gewinnen. Ich glaube, dass wir auch als sportliche Leitung jetzt auch vorleben müssen, dass wir von dem Weg, den wir im Winter eingeschlagen haben, total überzeugt sind, weil das bin ich. Die Inhalte, die Abläufe, das, was man im Training sieht, ist deutlich verbessert im Vergleich zum Dezember und zu der Art und Weise vorher, aber das ist alles Makulatur, wenn wir diesen Moment im Spiel nicht erwischen und das ist in Bochum, glaube ich, sehr deutlich geworden.